Ich weiß nicht, welchen Preis ich dafür bezahlen muss, dass ich das breche, was wir Alchemisten Silenzium nennen. Die Lebenserfahrungen unserer Kollegen sollten uns eine Warnung sein, Unwissende nicht dadurch zu verwirren, dass wir ihnen unser Wissen aufbürden. Na, ist los! Es gibt in diesem Buch einige mysteriöse Abschnitte. Aber das einzige wahre Mysterium ist, dass unser allerarmseliges Leben beherrscht wird von den Toten. Am Anfang waren die drei Mütter, so wie es drei Schicksalsgöttinnen gibt und drei Furien. Ich habe Angst. Ich habe Angst, hier allein zu sein. Hallo? Meine Schwester. Wo ist meine Schwester? Es ist, als würde man ständig beobachtet. Manchmal spüre ich es ganz deutlich. So als wäre tatsächlich jemand in meiner Nähe. Wer lebt in diesem verfluchten Haus? Jemand. Jemand, der auf dich wartet. Aber wer? Du wirst beobachtet. Jemand. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020